Musik Hey Leute, es ist mir wieder euer Dragon Ray Und heute will ich mich mal an Payday 2 mal ranwagen Also zum ersten Mal will ich das mal spielen jetzt Ähm, ja, da ist mir da der Oscar dabei wieder Ja, mit dem ich jetzt in Zukunft auch öfters oder Ja, genau Was aufnehmen werde Ja, natürlich Also, wenn sich nicht andere Leute finden, dann halt nicht Und, äh, du darfst mir das mal erklären, weil ich hab so nie gespielt und hab keine Ahnung Du darfst mir das mal erklären, wo ich draufdrücken muss CrimeNet, CrimeNet offline Ja, ja, CrimeNet und ich würd's gleich einladen Und ich hab noch ne'ne Frage und ich will mir mit Computer Also, mit Bots spielen oder ohne Bots? Boah, ich hab keine Ahnung Ich hab's nicht kennt, ich weiß es nicht, also Geh, feindlich oder Bot sogar? Nein, für uns Ja, natürlich, feindlich gibt es bestimmt, also, ich mein, die Polizei, aber... Ich mein, der nur, keine Ahnung, ja Ja, mir ist es egal, ich käpp' dich auf Okay Machen wir jetzt mal ohne Oder... Ja, machen wir jetzt mal ohne Davor wir uns bereuen werden Äh, ich kann ja Filter auswählen, nur Freunde kann ich da auswählen Soll ich's nur machen? Nein, ich lade hier ein Ich hab hier, aber hier steht doch, ich tue es gar nicht, ich soll auf Crime gehen Ja, warte mal, du bist nicht online Ich kann hier einladen Ich kann hier einladen Äh... Steam werde ich hier nicht mit aufgenommen Okay, auch gut zu wissen Äh... Das sieht man's gar nicht, was hier in Steam macht Äh... Freundesliste im Offline-Modus nicht verfügbar Äh, wie stellst du das? Du bist im Offline-Modus? Ja, wie stellst du mich auf online? Du gehst... Du machst Z Ja Und dann siehst du unten rechts dein Symbol Da drickst du drauf Sollte da eigentlich gehen, glaube ich, siehst du anmelden Jetzt mich online Ja, ich kann es sich einladen Ah, so okay Ich muss auf die Einladung warten Mh... Wie gesagt, wieder PC ganz neu, ich hab da keine Ahnung Ich auch Also, es geht hier eigentlich darum um Geld Also, man muss mit dem Bohrer, also mit dem Thermalbohrer Ja, dieses ein Schloss oder ein Saison aufmachen Und ja, und das Geld halt rausnehmen Ähm, warum soll ich noch irgendwas einstellen? Ah, ich hab äh... Ich hab äh... Ich hab äh... Ich hab äh... Die... Die... Dieses eine andere... Das... K4 Gewähr und das... Mark 10... Maschinenpistole eigentlich... ...weckt hin und so... Habe ich... Fähigkeiten habe ich auch nicht... Ne... Hat noch gar nichts zu sagen... Ich muss mit nur reinfangen... Also... Wir können starten... Ja klar... Muss halt so neben erklären, was ich drücken muss oder... Weil ich hab keine Ahnung... Generell ich will es erst mal auf dem PC spielen und nicht mehr an der Konsole, weil... PC ist einfach was geilste es gibt, es gibt so viel mehr wie auf der Konsole... Oder? Ist doch so... Hm... So... Teilnehmen... Du nimmst gerade Teil... Ich mach dann gleich bereit... Ich hab irgendwas drücken... Aber... Abbreiten... Du hast gerade den... Du hast gerade den Screen, oder? Ja... Ja... Da steht doch Teilnehmen... Du musst mal zu mir kommen... Hä... Wo steht der Teilnehmen? Ich hab... Teilnehmen Prozent... Ach so... Ja... 36% 47% 48% 40% Ja... Als es geht... Jetzt... Ja... Das ist Musik nicht zu laut... Dass man uns auch hört... Dann hab ich auch keine Urheber rechtliche Scheiße wieder dabei... Naja... Das ist nicht... Das ist einfach nur... Irgendwelchen... Es ist schon bei dir fertig geladen, oder? Ja... Ich bin auch Horst... Nee, weil... Nee, weil ich nicht... Nein... Das ist deswegen... Nee, bei mir steht bereit... Also... Bei dir... Du bist du... Du bist wohl... Ich bin Dallas... Und... Ja... Okay... 390, 490, 590, 96... es weil ich freu mich auf eine Gaming-Kasse zu tun das kann ich schon was sagen m das wird geil also ich hab ein Ding gemacht die Lehre zurück noch nicht Gehdrücken und nur ich die Maske aufsetzen damit also erklären als die Maske aufsetzen die Maske aufsetzen und hat halt die Waffe und ich kann ich auch springen kann sich halt um nahe in diesem Modus also in die wenn du die Maske nicht in die Maske nicht dann hat man kann es nicht also hier sind hier die Bank die wir was wollen müssen und kommen erst mal auf dem Parkplatz das sie kaum aufwärts denn noch nicht auffällig ich hab ja noch so eine Weste die ist etwas auffälliger macht mich auffällig und das ist das sieht aus wie eben mit der Tasche auf die Maske macht die macht er und macht die Maske ja okay und jetzt muss man sich nicht schießen nicht schießen okay drück ehe wenn einer vor dir stehen so was ist denn was ist mit dem Schlag Pro schlagen und passt auf die Kameras auf muss man es halt ein bisschen erklären die Kirche offen hier ist der Kammer doch der mich ist immer wieder auskommt Mama also du gehst mir gehen gleich rein und drücken die ganze Zeit und die nach unten gehen okay und wenn einer auf die schießt dann knallt sie nach 3 2 1 los geht's wie macht die Kameras aus das geht's her runter aber nicht geißen oder wie auch fahrt man sie sind auch ein bisschen ab aber auch hier in der Art schon gemacht aber dass sie in der Vorbereitung so und sie müssen jetzt machen ich muss erwarten dass der Bruder auch als auf Bord und treffen ein paar Mal und die ich ihnen die rechten Besserung und fändischen und sind es kommt die polizei vor Ort abschießen er hat eine Bolle schon aber nicht die Mietgeld noch 300 Sekunden gut ich glaube einer Sohn Naja auf ein Fall ist noch nicht wir haben vier Leute jetzt ist es gut wollen wir können dann falls du es in Haft kommt es ist wenn du jetzt ganz tot ist da kann ich nicht denn die Geisel-Legendich erst auf einer reine Fertig wenn du keinen Dings mehr hast und wir haben begrenzt ach so ah da hinten kann ich die holen nächste Bohrer ah fuck fuck nicht abgucken ja dann kann ich dir eine Waffe aufheben irgendwie nein das ist ja scheiße ich glaube ich weiß es nicht aber vielleicht kann man es mit der Fähigkeit machen ich weiß es nicht solle wo bist du und wenn ich keine Munition mehr habe was ist dann dann hast du verschissen dann musst du ähm also die Bullen lassen etwas Muni da aber okay muss dann halt auch das Spiel gefällt mir irgendwie das ist geil man es gibt schon ein paar Waffen und ganz andere Scheiß ah musste ich mal in die Lebensanzeige unten links oder ja okay okay kann ich mir jetzt nicht einfach so ein Bullenauto schnappen nein nein kein Däder ah ich ah ah unrecht ist meine Lebensanzeige unten rechts fühlt sich auch wieder auf ja what ich sehe nichts mehr ja nein nein das tut sie nicht was ist das für einer was ist das für einer weiß da flüchtet einer da flüchtet einer nicht abknallen und kriegen Minusgeld an also falls du eine Waffe hat dann ja aber also keiner hat dann nicht ja ich hab keine Kabelbinder wo kriegst du her gar nicht mehr das ist ein Bulle ja 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 ah der ist schon tot alter wie lang bist du da und erbohrer ich weiß voll krass da geht doch manchmal kaputt bleibt unten schlappen man hat es wieder mit dem um wieder mit er und hier sind ich bin ein paar Dollar und schreibtisch was gibt es nur so für Fähigkeiten also dass man dann halt also man geht dann halt diese Störsender man kann dann halt ähm reingehen und diese Kameras ausschalten für Moment oder Munition Munition ähm Leben also diese Leben Packs und einmal für für die Sachen auch scheiße scheiße einmal für die Sachen also wie ich hab so das Gefühl ich sterbe irgendwie aber ist doch nicht so das Spiel ist so laut gerade äh zur Vorreise gemacht warte mal bleib stehen kacklappen bleib stehen warte mal warte mal ton komm auch granaten nein verpissiert ja genau da musst du auch nur freischalten zuführen also das muss man alles freischalten man muss sich auch hinlegen hinlegen ah und gleich zurück nein setzen die Bullen kommen alle rein ja das war also zwar ist es echt schwierig ich muss den Borde anmachen hilft mir also du schützt mich aber guck mal hier bei mir ich hab bei beiden Waffen keine Muni ist so schlimm mit der Muni ah da kommt Bullen mal zwei Waffen gar keine zwei secondary muss so eigentlich haben wie mit mit dem Rad auf der Maus kann man das wechseln oder nein 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 ah mit zwei ah endlich eine schöne Waffe nein ich bin tot alle ich hab hier danke ah hm hm ist auch noch noch 25 Sekunden offen 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 alles holen alles gilt ja Geld so ist gut haha wird das dann aufgeteilt noch oder ja das wird aufgeteilt alles aber wir müssen erstmal heilig rauskommen das ist auch nochmal äh 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 müssen wir jetzt alle Schlösser hier knacken nein wir können alle Schlösser hier knacken das ist aber wieder plus Geld wenn du willst und das dauert und das dauert ja wird das aufgeteilt das Geld zwischen uns oder ja wird das ja wird das hm ah ich hab noch 2500 Dollar ja ja so ich knack ok warte knack du und ich ey da kann man ja sau viel machen ich weiß man kann dann das dauert auch insgesamt wenn du alles Dings und keine Säge hast bei der Säge würde es schneller gehen ne Säge an nem flachen Metallschloss dran ok ja weiß ich nicht so ich bin ja ich hab's was ist das 10.000 fast ist gut wie kann man hier eigentlich entkommen dann? ähm wenn ja gibt es auch mehrere Tresor oder ähm nein also es gibt dann halt noch doch es gibt glaube ich sogar Mini Tresor oder ich weiß aber nicht auf den Merk oh Muni ey aber ich glaube ich mach auch diesen Muni Typ ich weiß nicht ok knackst du Schlosser? ja ja klar weil man manchen kann auch einfach nix drin sein denn es ist dann blöd unser Teamkommerat knallt alle ab ich will auch noch ein bisschen schießen ja schieß schieß ja einfach ich kann nicht mal rennen ich kann nicht mal rennen warum ich bin gleich tot wo bist du? ich geh draußen ich schieß dich so ab ich hol dich hol dich mein Bildschirm ist so schräg mein Bildschirm ist so schräg und alles nicht konnte ich mehr rennen hab dich der Bildschirm ist schräg weil ja weil du die Tasche hast wenn du die Tasche hast dann kannst du nicht mehr rennen ach so ich schubste die Taschen nach vorne ok wie? komm lass verschwinden ja wer nehm ich dann die Taschen die anderen mit G der Van ich weiß nicht ob der Van da ist aber ja die ganzen anderen Taschen was ist mit denen? wissen nicht also die andere Taschen müssen wir auch mitnehmen sehr klar ich nehm noch eins ich nehm eine weiter hinten ja wo ist der Van? ich weiß nicht ob der Van da ist wir können scheiße wo ist denn der Van platziert? ich hab ich spiel niemals gespielt vorher ey der Van platziert ist man ich bin tot ich versuch dich zu holen ah 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 ich krieg Schaden du bist gut ey da kann ich nicht so schaden ja wohin denn wo bleibt denn der Van? der Van ist da vorne bei dieser Aktentasche scheiße ey welche Aktentasche so schwer zeig mal wo da vorne obwohl du grad nicht läufst ich will irgendwas wie hat das Geld wir haben das Geld gekriegt warte mal wir haben glaube ich nicht alles Geld gesichert das ist scheiße dann kann man mehrere Taschen nehmen mit oder? nein nur einen ich glaub man kann mit ähm halt auch mit Fähigkeiten mehr nehmen ok wohin? zu dem Dings in diesem Koffer da siehst du den? äh 35 34 30 Meter oh man ja da hin ey Junge guck was da draußen los ist ich bin tot ich bin tot äh gibt's nicht ey Junge weißt du was da draußen los ist? hä? weißt du was da draußen los ist? wie willst du das schaffen man? ja äh 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 und die Bots was tun sie die geile Bots ich will Cola holen hier so fertig haben sie sich wieder belebt? ja ah ich sterbe ich sterbe hier ist der Van hier ist der Van ich sterbe ah so komm wo bist du? hier am Van ja los warf rein warf rein das Geld hier links wie werf ich es rein? hier hinten komm her und geh ja ist drin ok sollen wir gehen oder noch nicht? äh weiß ich nicht was bringt das Geld? komm hol komm wir holen noch mehr Geld schau mal auf knall die ab ok? ich sag mal die Tasche holen äh was ist denn jetzt? auch von der Seite ich schieß die ab kannst kannst kommen warte mach ich Gott du wirst schon revived nicht 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 zu viel sterben ja ich hab schon revived oh 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 Hilfe oh wie du spielhauer hab ich die Tasche hier? hab ich du weißt die Tasche vor ja na klar damit So, ich sterbe, ich sterbe Nee, 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 nicht sterben Werf rein Hab ich, und jetzt? Für den ersten Versuch, Alter, sind wir eigentlich Haben wir alle? Haben wir alle Taschen? Nein, noch nicht, aber Geist drauf, komm, komm, wir verschwinden Verschwinden Ja, man darf ja nicht so gierig sein Ja, wir haben es geschafft Ha, geil, okay 50.000, oder 50.000, oder 50.000, 50.000 So, so viel haben wir geschafft und wir kriegen wir 31.000, ne, ja, geht Nur, Prustbieder Ja, also ich kriege 31.000 Nee, ich auch Ich hab, du levels grad richtig auf, oder? Level A, nee, ich bin immer noch Level 1 Nee, ich bin immer noch Level 1 Okay Ziemlich geiles Spiel, also das war's dann Fürs Erste denk ich mal Und da wird bestimmt irgendwann nochmal was kommen Ja Okay, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau Leute Hau rein Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.